Ja, hier ist die Piraten-Companie. Wir befinden uns auf der Newsweek 2012 in Offenbach, einer Kundenveranstaltung, auf der wir über 100 Werbemittellieferanten mit ihren Highlights, Neuheiten ausstellen und wir unsere Kunden hineinladen können und sie die Werbemittel live anfassen können, Beratungskompetenz der Lieferanten haben, Kataloge anfordern können, Bemusterung anfordern können, um eine kleine Werbemittelmesse zu besuchen. Heute wollen wir Ihnen präsentieren. Wenn Sie uns auf dieser Werbemittelmesse besuchen würden, würden Sie von uns ein kleines Gulli erhalten. Dieses Jahr gibt es von uns eine schöne Strandseesacktasche mit einem Netzgitter hinten drin. Auf der Vorderseite haben wir eine kleine Reißverschlusstasche und auf der Unterseite, das ist der Klopat dieser Tasche, ist eine Kühltasche eingebaut. In dieser Kühltasche kann man auch Getränke kalt halten mit einem Kühlakku, wenn man an den Strand geht. In der Kühltasche drin sind natürlich auch noch ein paar Highlights. Dieses Jahr haben wir vom Sortiment zusammengestellt als erstes eine kleine Aufmerksamkeit, ein Goodie, das ist eine Grillzange. Die Grillzange, wie gesagt, dient natürlich jetzt gerade in den kommenden Sommermonaten, um am Grill ihr Vergnügen zu haben. Als weiteres Highlight haben wir hier ein Beispiel einer Bandana mit einer Bedruckung per Transfer auf der rechten und linken Seite. Auch wieder eine ganz gute Kopfbedeckung bei den heißen Tagen, die noch folgen. Als nächstes haben wir eine Mintkarte, gefüllt mit Pfefferminz und bedruckt im Digitaldrucksystem. Hier haben Sie den Vorteil, dass man einen All-Over-Druck machen kann, schon ab kleinen Mengen. Dieses Produkt finden Sie auch in unserem Produktkatalog. Und als letztes Highlight unsere Sonderschiene. Hier können wir Ihnen Strickmützen anfertigen in Sonderfarben. Sie können diese Strickmützen frei kombinieren aus 60 Farben. Diese Mütze kann, wie gesagt, jede Masche eine andere Farbe besitzen. Man kann auch Logos einweben. Diese Strickmütze ist gefertigt made in EU und die Mindestmenge liegt schon bereits bei 30 Stück. Vorteil dieser Mütze, der nächste Winter kann kommen. Wir sehen uns 2013 an Bord der Newsweek. Ihre Piraten Company.